Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Hörbude. Ich möchte noch mal ein kurzes Info-Video machen, zu einem zwar eben kurzen, aber elementaren Thema zu meinem Kanal. Denn, wie einige wissen, vor einiger Zeit habe ich viel mehr Minecraft gebracht auf meinem Kanal. Nach einer Zeit hatte ich aber nicht mehr wirklich so viel Lust auf Minecraft und habe mich entschieden, wirklich außer einmal die Woche oder so nur Nintendo-Spiele zu bringen. Aber ich habe das Gefühl im Moment, dass es Zeit ist, diese Regel wieder beiseite zu legen. Ich bring ab sofort einfach das, nach dem mir gerade ist. Das werde ich jetzt auch beibehalten. Ich werde weiter Nintendo bringen, aber auch Minecraft. Tja, wollte ich jetzt nur kurz sagen, das war es schon. Bis ein andermal. Ciao.